Hallo meine lieben Zuschauer und wieder willkommen zurück zu Black Ops 2. Ich hab mein Kaffee am Start. Ich bin guter Dinge, dass wir das Ding jetzt hier... Hmm... Rocken. Ich bin guter Dinge auf der Karte Raid bei Hollywood Hills. Ich nehm mein... Was nehm ich denn mal? Ich würd gern... Nein, die würd ich nicht gern... Oder? Hmm... Ich nehm hier die. Mit der Waffe hab ich lange nicht mehr gespielt. Ich bin übrigens... Ich hab grad irgendwie voll Bock auf das Game, ehrlich gesagt. Ich hab grad richtig, 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 richtig Bock. Problem ist jetzt nur, ich hab die falsche Waffe genommen. Fällt mir grad mal auf. Ja, ja, die werden schon hier die ersten verrecken schon. Ja, okay, ich müsste mal wieder länger spielen, merk ich. Komm her. Stirb, Junge. Tschüss. Hilfe? Das ist scheiße hier. Komm her. Kommst du? Scheiße. Fuck. Jetzt zuckt mir auch noch die Nase. Ah. So, jetzt geht's wieder. Ja, das war blöd gelaufen. Das ist... Ich muss mich erst einspielen. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Ich glaub zwei, drei Tage. Oder so. Oder fünf. Außerdem hab ich ein scheiß Fadenkreuz. Fert mir grade mal auf. Du kleines Bitch-Mädchen, du... Kackding. Wah. Hallo. Hörst du auf damit? No shit. Alter. Was war das denn für einer? Alter, das war ja mega schlecht. Ich brauch eine andere Waffe. Der hat die ganze Zeit hinter mir hergeschossen oder was und hat mich nicht getroffen. Der ist ja genauso wie ich. Geil. Bin ich prima. Ich bin nicht der Letzte. Scheiße, stirbst du? Nee, du stirbst nicht. Oh, knapp. Okay, ich hab jetzt schon wieder die falsche Waffe, befürchte ich. Was hab ich denn noch? Ah. Pistole. Braucht doch keine Sau. Ich hab natürlich nix. Hab ich... Ja. Fuck. Ich weiß, dass du einen kleinen Arsch hast. Ich weiß, dass du auch hier rüberläufst. Sack. Oder auch nicht. Kann ich mich hinlegen? Nö. Aber ich kann nachladen. Und dann kann ich den von neben wegnatzen. Wo ist er? Hey, Bitchface. Oh fuck, ich bin von hinten ganz alleine. Oh, scheiße. Die... Die nehmen mich. Die nehmen mich. Ich werd gleich so derbe von hinten genommen. Weg hier. Ganz schnell weg hier. Befürchte das hier. Sag mal, haben wir hier einen Sniper fest oder was? Fuck. Falscher. Oh, mir tut der Daumen weh. Keine Ahnung, wieso. Flucht. So wird das natürlich nix mit dem Aiming. Da hinten sind welche. Ah. Ach du Scheiße. Jetzt hier reicht's. Aber mein Aiming ist ja richtig mies jetzt. Schatz hinz herunter. Ja, scheiße auf den. Fucking. Wichser. Dich mach ich fertig. Was hab ich denn hier? Oh nein. Ich hab das Ding drauf gelassen. Echt? Alter, nein. Stirbst du? Wichser? Komm, wo ist der Nächste? Komm her. Ah! Ich hätt eigentlich damit rechnen müssen, ehrlich gesagt. Scheiße. Hallo. Jung. Jetzt bist du dran. Wo bist du? Pussy. Wir verlieren diesen Kampf. Pussy. Sei ich doch. Pussy. Mit der Pistole, bitch. Ah! Scheiße. Ist da was mit dir? Der hängt da so rum. Jung, das macht man so ganz schnienanell. Guck. Passiert nix. Doof. Ach, Jungchen. Echt. Muss das sein? Muss das sein? Was hat denn der geschossen? Uh. Ja, das war kerzengerade und mies. Da war einer. Ich weiß. Ich komm grad nicht dran. Hallo. Danke. Gott. Ich hab vergessen, dass ich das Ding nicht erschießen kann. Pussy. Noch einer, wa? Hier. Ah. Ah, ich war dritter. Das reicht mir. Das reicht mir. Das. Der Roy hat hier gut gespielt. Ist das doch der letzte? Oh Gott, ey. Weißt du. Ohne Scheiß. Super. Fünf Schüsse und ein Kill. Hast du prima gemacht. Also. Das hätte ja selbst ich besser hingekriegt, ehrlich gesagt. So. Wir gehen wieder in einen anderen Modus. Was spielen wir denn mal? Was haben wir lange nicht mehr gespielt? Capture the Flag. Spielt das überhaupt da jemand? Dann kann ich wenigstens hier den Klassen-Editor-Gott mal wechseln. Ähm. Was hauen wir denn mal hier drauf? Das hört sich gut an. Zähigkeit braucht doch keinen Sack. Danke. Tja. Capture the Flag. Spielt keiner, ne? Wie viele spielen das denn gerade? Oh. 240. Sind doch ein paar. Ja. Schüsse und ein Moshpit will keine Sau spielen. Gut. Dann machen wir halt nochmal Herrschaft. Wenn es kein anderer möchte. Tut mir leid. Also. Ich glaube. Langsam kapseln sich ein paar Leute von dem Spiel ab. Kann ich gar nicht verstehen. Ist doch ein super Spiel. Ein super, duper, mega Spiel. Ja. So wird das hier doch nichts. Hallo. Oh. Oh. Darf ich jetzt wirklich in den Hardcore-Modus? Was ist das? Haha. Das habe ich ja natürlich nicht. Muss ich mir das wirklich? Muss ich mir wirklich Apokalypse demnächst kaufen? Echt jetzt? Och ne. Auf Apokalypse habe ich kein Bohok. Ja. Jungs. Ich habe es versucht. Ich habe es. Ich habe es probiert. Ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass ich es nicht probiert habe. Wieder Grenzstadt, Kyrgyzstan. Stand off. Was nehme ich denn da mal? Erzähl ich mich, da ich das Ziel-Ding weggemacht habe. Kann man den nutzen, nur. Pussy. Der ist weg. Und hier ist der nächste. Nicht? Na gut. Dann halt nicht. Aber dann kann ich nachladen. Komm. Geh mal her. Oh. Alter. Macht doch sowas nicht mit mir. Was? Wie jetzt? Hat er jetzt... Der hat ja ein Schild, ne? Ah, dieses Fuck-Aiming, ey. Scheiße. Ich muss mich wieder einspielen, merke ich. Ich muss jeden Tag, glaube ich, spielen. Weg. Einer. Wo ist der andere? Noch einer. Wo ist der andere? War doch eben da. Oh, steht der da? Mann. So was hasse ich. So was hasse ich wirklich. In den Sack. Haben wir in den Sack geschossen? Hier kommt keiner. Vorerst. Wo sind sie? Ja, da war doch einer. Komm her. Komm. Oh. Tschüss. Cool. Sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Oh. Das war ja noch ein Glück. Gerade die Kuh. Oh, nee. Geil. Könnte ich mich gerade wieder fortschmeißen. Könnte ich mich da. Weg. Da hinten ist... Ja. Verflucht. Ist der tot? Ich weiß jetzt nicht. Ja, danke. Danke, dass mein Fadenkreuz weg ist. Danke. Da ist meiner. Ja, ja. Ja, ja. Franzo. Ich weiß. Ist gut. Hm. Scheiße. Drohne ist weg. Das heißt, ich darf wieder raschen. Hm. Geht's niemand? Oh mein Gott. Ein Deutscher. Ein Deutscher. Ich spiel mit einem Deutschen. Boah. Sorry. Jetzt hab ich den einzigen Deutschen gekillt. Oh. Das tut mir leid, Alter. Das tut mir wirklich leid. Ohne Mist. Das war keine Absicht. Wechsel. Ach, scheiße. Oh Gott. Entschuldigung. Das war echt keine Absicht. Manchmal bin ich halt so. Das. Ich muss mich kratzen. Und jetzt hab ich meine Brille verschmiert. Na, danke. Super. Tipptopp. Da ist links einer bestimmt. Rechts. Links. Rechts. Links. Hm. Nirgendwo. Gut, dann geh ich hier lang. Hab ich gar... Ich hab ja gar keine Granate. Ich hab gar einen. Ach jetzt, aber bitte. Das. Ja, genau. So seh ich das auch. Aha, der nächste ist ein Sniper. Ich fang an zu lippen. Jetzt ringt man mit... Puppelt mein Handy. Danke. So, links ist keiner. Rechts. Maybe. Da oben. War einer. Mit einem Sniper. Die Sau. Das ist meiner. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass das Ding so... Ne, das war ich. Ich bin verzogen. Ich hab's verzogen. Ich hab's verkackt. Und ich bin gar nicht so schlecht. Na, ich geh weg. Tipptopp. Dann können wir doch hier lang laufen, ne? Kommt ihr seine... Alter. Richtig gut geschossen. Richtig gut. Den nicht gekillt. Mein Teammate. Und den anderen Gegner platt gemacht. Mein anderer ist überlebt. Hat überlebt. Hm. Hm. Nachladen. Nach jungen, bitte. Komm. Das ist ein Game. Jetzt. Hauf zu. Meckern. Nicht aufgeben. Ach, gewinnen wir das Ding. Echt? Cool. Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Will der nicht raus? Doch, ich will der raus. Ach, scheiße. Ach man! Ah, ich hab den ein wenigstens noch mitgenommen. Ja. Ah! Ich hab aber richtig geschossen. Also fast. Das hätte ich ja gekillt. Aber trotzdem. Ach no. Ohohoho! Hat er im Gras gelegen? Ist das so ein kleiner Graser, ja? Komm mal her. Kann ich auch. Ich bin Street-Layer. Kein Street-Walker. Jetzt kommt der da nicht bei. Ja. Gewonnen. Wer hat's gerockt? Mit 13 Fracks? Ohne die 13 Fracks hätten wir mit einem verloren. So ist es nämlich. Also eigentlich mit 3. Bist ein ganz cooler Kerl. Weißt du? Dafür kriegst du auch ein Klatschen. Bravo! Bravo! Also. Titte. Hast du echt, äh, Toti gemacht. So, wir gucken jetzt. Einen Schneckraff hab ich dafür gekriegt. Echt. Was haben wir denn als nächstes? Stand-Off oder? Nichts. Okay, dann gehen wir, versuchen wir nochmal hier in so einen Abschluss bestätigen. Ich denke so, danke, zu joinen. Ich find die Waffe ja eigentlich, oh, verflucht. Ohne Mist. Ach, scheiße, jetzt ist es schon leer. Ah, scheiße, jetzt ist es schon leer. Sehr gut. Das war cool. Das war... Tschüss. Ach, jetzt kommst du. Komm, 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 zurück. Egal, ich hab den noch mitgenommen. Der ist mir da vorgerannt. Dafür kann ich nix. Oh, nein! Granate. Ich glaub, das wird so... Ach, ich hab nur... Das wird doch so nix. Jetzt mal. No fuck. Jetzt mal ohne Mist. Das wird doch so überhaupt nix. Ja, danke. Gut, dass ich nicht geblendet worden bin von mir. Sonst wäre ich jetzt böse. Ist einer? Ja, danke, scheiße. Das Ding... Ich hol mir mal alles. Danke. Ohne Mist. Jetzt war... No shit. Fuck. Bumsnudel, du. Links ist bestimmt einer. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Okay, die... Das ist unsere... Ach, Kacke. Weißt du. Errasche ich schon raus und dann krieg ich nix. Ist doch unfair. Ist ja fast wie das echte Leben. Ist ja nur unfair. So, da war einer. Hm. Naja, wie ist das etwas verwehrt? Ach, jetzt. Jetzt. Aber bitte mal. Hallo. Wo sind wir denn hier? Kann das denn jetzt sein? Ja, wäre der mir jetzt nicht da durchgelaufen. Wenn ich weiter geschossen hätte, hätte ich einen schönen Headshot. Ach, scheiße. Okay, egal. Egal. Ich bin ja schon alt. Ich kann das ab. Ja, ich kann das ab. So. Wo ist jetzt? Leckt mich am Arsch. Ich weiß, dass da einer war. Komm her. Ach, komm. Ohne Mist. Ohne Scheiß. Jetzt mal ehrlich. Danke. Danke. Ich hol mir das Ding. Drecksau. Kommt her. Wer will aufs Maul? Hä? Wer will auf die Schnauze? Du auf jeden Fall, du Läger, du. So. Wer noch? Hä? Wer noch? Niemand? Gut, dann kann ich noch nachladen. Aha. Das hab ich auch. Oh ja. Ins gegnerische Team. Danke. Fuck. Da war es zu spät. Oh, doch einer. Oh, zwei. Ja, jetzt läuft's, oder was? Oh, das war der Falsche. Was ist denn? Ach, oh. Oh, oh, oh. Ach ja. Ja, schön. Find ich gut. Danke. Wo ist der Nächste? Ich muss Dauerfeuer machen, oder was? Teamkameraden. Tod. Was? Also jetzt. Das ist aber ein Verbindungsproblem hier. Dafür kann ich nix. Tschüss. Noch einer. Keiner. Da war einer. Tschüss. 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 Wo ist der Nächste? Tschüss. Wollt ihr mich verpumpernickeln hier, oder was? Na, ich muss hoch. Na, Dreck. Egal, ich hab ein paar Frags gemacht. Darf ich weitermachen? Oh, ich leb ja noch. Super. Verbindete Drohne nähert sich. Ja, hol das Ding. Genau. Klau mir das. Danke. Abschluss verwehrt. Ich kann jetzt nicht auf dem Radar gucken. Hm. Okay. Noch mit der Drohne, gell? Gibt mir mal das Ding. Danke. Danke. Was hab ich denn hier eigentlich? Eine Waffe. Ah, danke. Eine Waffe. Ja, ich weiß. So. Äh. Nö, da nix. Ah, Drohne. Hau rein, Alter. Nee. Mann. Huh. Knapp. Ach, jetzt. Ich hab dem doch in den Sack geschossen. Fünfmal. Ich will diesen Hundes Sohn nicht mehr sehen. Oh Gott. Ich dachte jetzt schon, ich wär rausgeflogen. Danke. Abschuss bestätigt. Danke. Abschuss bestätigt. Ich bin erster, wunderschön. Mhm. Na. Ich will diesen Hundes Sohn nicht mehr sehen. Haben wir viele Fliegerinnen hier noch raus, wenn ich fragen darf? Danke. Ich will diesen Hundes Sohn nicht mehr sehen. Aha. Bin ich jetzt... Danke. Jungs, Mädels, super. Wir haben die Führung übernommen. Wir haben die Führung über... Guck dir mal die Teams an. Ach, scheiße. Wir haben den Vorteil verloren. Wie willst du denn hier überall drankommen, Alter? Hab ich den jetzt gekillt? Ach, scheiße. Das ist doch so nicht fair. Jetzt mal ohne Mist aus dem... Ah, mein Kaffee wird kalt. Hey, kommst du zurück? Hm. Darf ich jetzt? Ich trinke jetzt einfach mal. Ah, danke. So, Gegner? Ja, da hinten. Bist ein ganz großartiger Ficker. Blöder Spawn. Fucking Camper. Hilfe? Scheiße. Ah, kacke. Nicht tot. Nicht tot. Ich will diesen Hundes Sohn nicht mehr sehen. Schau mir, dein Teamkiller. Ja, ich hab doch beide abgeschossen. BTF. Headshot. Okay, Jungs. Jetzt habt ihr verloren. Das ist mir jetzt so doof. Komm her. Ich weiß, dass du von links kommst. Achtung. Feindlicher Blitzlack steht bevor. Ja, leck mich am Arsch. Feindliche Throne nähert sich. Ich will diesen Hundes Sohn nicht mehr sehen. So, wer will auf die Schnauze? Du? Abschluss bestellt. Du? Wer ist der Nächste? Hä? Wer ist der Nächste? Ich weiß, dass du von unten kommst. Ist mir scheißegal. Ich hätte direkt ziehen sollen. Scheiße. Weg. Next. Weg. Scheiße. Macht nix. Aus Fehlern lernt man ja bekanntlich, wa? Aber da ich keine Fehler mache, außer das, äh, rock ich das Ding. Ach, scheiße. Hm. Huch. Ich glaub, so wird das nix. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaub, so wird das nix. Scheiße, Alter. Ah, ich hab'n Messer. Danke. Ich hab'ne Pistole. Danke. Wo war der denn jetzt? Scheiß drauf, mir nehmen die. Ah, danke. Mhm. Das hat schon mal nicht gefruchtet. Ja, der weiß das natürlich. Achso, ich hab' ja geschossen. Natürlich weiß er das. So, Pistole. Oh, 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 baby. Ja, geh mir nicht auf die Snüsse, du Pisser. Abschuss bestätigt. So, ihr Dreckssäcke, ey. Na, danke, Gandalf. Naja, ich war der. Ich war erster. Das war ein gutes Match. Das war ein sehr gutes Match. Aber wir haben leider verloren. Aber ich bin nicht, ich bin nicht, ich bin nicht der Abschusskill, ne? Ne, ich bin ja durch den Ton. Ah, übersteuert. Egal, ich bin der Erster. Ich komm wieder rein. Ich bin wieder ein Level höher, ne? Hui, das klingt aber gut jetzt hier. Hestauer-Rakete, wunderbar. Gut, so, ich mach jetzt hier einen Schnitt. Das war ein langes Match. Das war ein langer Part, glaub ich. Gut, in dem Sinne, ich wünsch euch was. Haut rein.